Sicherheit braucht klare Anweisungen. Deshalb finden Sie auf jedem MSC-Schiff überall umfassende Informationen, sogar in Ihrer Kabine. Neben Standortangaben in Treppenhäusern und an Übergängen finden Sie Wegweiser zu den Sammelpunkten, wo Sie Anweisungen und weitere Rettungswesten erhalten. Alle Notlichter, Rettungszeichen, Lichtleitsysteme und Löschanlagen werden regelmäßig geprüft. Die Sicherheitsanweisungen werden von der Besatzung streng überwacht. International verständliche Symbole und Blindenschrift machen die Informationen allen zugänglich. Denn Ihre Sicherheit steht bei MSC an erster Stelle.